Die Schlacht von Anchialus war eine Auseinandersetzung im Jahre 763 zwischen dem Byzantinischen Reich und dem Bulgarischen Reich. Die Schlacht endete mit einem klaren byzantinischen Sieg. Vorgeschichte Nach dem Sieg in der Schlacht am Rikipas zog sich der bulgarische Khan Weinsch zurück und unterbreitete den Byzantinern ein Friedensangebot. Aufgrund seines zögerlichen Verhaltens wurde Weinsch jedoch ermordet und Telets folgte ihm auf den Thron nach. Telets begann nach der Thronbesteigung die Grenzgebiete des Byzantinischen Reiches mit seiner Kavalerie zu verwüsten. Konstantin V. hob daraufhin eine Armee aus Falutise auf etwa 800 Schiffe und landete mit dieser Streitmacht in Anchialus. Die Schlacht Der bulgarische Khan blockierte die Gebirgsspieße rund um Anchialus mit seinen Truppen und besetzte gut zu verteidigende Höhen in der Nähe der Stadt. Seine Ungeduld und Selbstüberschätzung ließen jedoch die Byzantine angreifen. Die Schlacht dauerte etwa von 10 Uhr morgens bis Sonnenuntergang. Beide Seiten hatten hohe Verluste zu verzeichnen, viele byzantinische Adlige und Anführer starben in der Schlacht. Schlussendlich konnten die Byzantiner jedoch den Sieg davon tragen. Telets und seine wenigen verbliebenen Truppen flüchteten vom Schlachtfeld. Konstantin kehrte nach dem Sieg nach Konstantinopel zurück, feierte seinen Triumph und tötete alle Gefangenen der Schlacht. Telets wurde zwei Jahre nach der Schlacht aufgrund seines Versagens auf dem Schlachtfeld ermordet. Folgen Die Byzantiner konnten jedoch den strategischen Vorteil, den sie nach dem Sieg erreicht hatten, nicht nutzen. Nach einer Reihe von weiteren kleineren Grenzzwischenfällen kam es 792 zur Schlacht von Marcelli, welche die Byzantiner verloren, und die ursprüngliche Grenzziehung von 718 zwischen beiden Reichen wiederhergestellt wurde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017